In Bollenbach gibt es noch mehr Frauenpower. Z.B. die 3 Cousinen, die hier in der Dorf-Schenke auf dem Werbeplakat zu sehen sind. Eine Privatbrauerei hatte eine witzige Werbeidee gesucht und einen Wettbewerb gestartet. Die 3 haben den 1. Preis gewonnen. Dabei ist die gute Idee mit dem Traktor aus einer Notlösung entstanden. Wir hatten kein Auto, wo die ganzen Bierkasten reingepasst haben. Dann hat der Elie Papa die Idee gehabt, fahr doch einfach mit dem Bulldog und macht den Hänger hintendran und macht die Kasten da drauf. Jetzt haben wir es dann auch gemacht. So zufällig entstehen eben manchmal die besten Motive. Die Botschaft der 3 jungen Frauen so einfach wie überzeugend. Sonst hieß es ja immer, oh, Frauen und Bier, ihr bestellt Bier auf einer Kirmes oder so. Mittlerweile sind wir auch dafür bekannt, dass wir Bier trinken. Die Männer in Bollenbach sehen die geballte Frauenpower wohlwollend und nehmen es gelassen.